so also heute wird es einen etwas improvisierten Delikoppa geben wie ihr seht ich bin auch in einer neuen location ich bin hier auf dem balkon bei meiner freundin zu hause der ton wird nicht optimal sein aber nichtsdestotrotz werde ich mir heute ein leckeres köpfchen somo das mania lyptus bauen ich werde mir den kopf im hukajon 80 feet bauen und in der stimulation die hier als stativ dient rauchen heute habe ich auch mein werk und kopfbauset nicht dabei aber eine ganz normale dessertgabel zum bauen und ein stinknormaler zahnstocher zum lochen tut es natürlich auch also da braucht man nicht immer das schön aussehende zeug von werkbund so also zu diesem tabak hier brauche ich nicht mehr viel zu sagen denn habe ich ja schon öfters geraucht und das ist wirklich einer meiner lieblingsflavor dann wünsche ich allen einfach noch einen frohen ostern und einen guten rauch und wir sehen uns dann morgen beim neuen somo flavor wieder